ok läuft einmal trackwalken mit dem u-rack hier bremsen laufen lassen ultra eispeak hier raus treten voll die wichtige kurve jetzt hier ist es noch halbwegs entspannend dann kommt wieder Highspeed Stück kleiner Bunnyhop hier Slippery Triple so ein kleiner Drop hier rechts halten und in die kurve wow wo wäre es denn? richtig seltsame kurve hier hier nochmal inside key section richtig schwierig ein kleiner Bunnyhop ok ist das rutschig ja inside line vielleicht gar nicht so schlecht ok hier ist eine lange Traverse hier kann man nochmal kurz entspannen hier kann man stylen zumindest im Training juhu nochmal entspannen da kommt ein kleiner Sprung den man scrubben muss ja man hier beim Sprung wollte ich gerne abpressen und inside ja man foot out ok jetzt das letzte Stück nochmal fette Rockgarden hier ein bisschen mehr Highline compression links halten und Speed rausnehmen hier kann man double wenn man will bringt aber nix hier inside Rad nehmen ja Bunnyhop hier technisch eng hier technisch eng ok jetzt in der Mitte durchfällen ist es am leichtesten kleiner Hop nochmal kleiner Hop jetzt letzten zwei Kurven ja man schöne Kurven gleich foot out ja man geiler Run ja und das ist Rangwax 2021 Bremsbeläge glühen ich bin am Arsch boah ich musste schauen dass ich mich nicht von den Flatpels runter rüttelt aber schon nicht so drauf aber schon nicht so drauf geiler Run geiler Run Schenk macht Spaß